Hallo und herzlich willkommen hier ist der Pink Panther und wir spielen Dirt Showdown und es war gar nicht so einfach alle reinzukriegen hier in die Lobby. Ich hoffe das Spiel ist nicht zu laut. Badaboom Rempler. ah nein knapp vorbei, vorbei gefallen. Hilfe, ich bin runter gefallen. Kann ich jetzt wieder aufstehen? Scheiße. Ah, oh, miese Tat, miese Tat. Nein 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 nein. Woha, heiaboll! Ich hab den noch mal durch! Einen schönen Schlag mitgegeben. Nein! Bin nicht fliegen. Oh, das war BAM, würde ich mal behaupten. Oh nein, 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 ich fall schon wieder runter. Hilfe! Ich bin doch kein Flugzeug, was soll das? Fall runter! In diesem Satz kehrt er in den Ring zurück. Mann! Jawoll, ich bin auf dein Dach! Ich schau wieder runter, nein! Was soll das denn? Wir fahren doch da oben, nicht da unten, was soll das? Nein! BAM! Ich treff hier nichts! Boah, das ist die Lücke ab. Au! Boah! Der hat gesessen! Frisches Tino, frisches Tino! Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Der hat gesessen, ey! Nein! Boah, frontal! Das war die Mondschaube! Ach, ach! Hau doch ab! Hau doch ab! Boah, nein! Miese Tat! Hilfe, komm! Nein! Ich muss wieder nach oben! Ich muss nach oben! Ich muss nach oben! Ja! Da komm ich! Bamm! Jawoll! Nein! Dann, 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 dann! Ey, ey, ey! Nicht machen! Boah, Alter! Breitseite! Und noch ne Breitseite! Und noch ne Breitseite! Und noch ne Breitseite! Du hast es echt auf sich abgesehen, oder? Wär ich? Nö! Also, irgendwie... Alles, was Opfermäßig... Opfermäßig! Oh! Der mich runtergeschmissen, der Hund! Ist aber auch runtergefallen, na? Hehehe! Na, hörst du auf? Hallo! Und ich bin alleine! Nein, bist du... Mal gucken, ob ich es noch hier hoch schaffe. Miau! Also, ich finde das hier gut! Jawoll! Nein! Nein! Oh, nein! Oh, wie knapp verfehlt! Liegt schon wieder auf dem Dach, ey! Bist du so ein Dach zählst? Ey! Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh, nein! Schade! Ach, Gott! Ich hab nur einen vierten Platz mit 3.700 Punkte? Hallo? Hallo? Ey Röppchen, warum hast du das noch überholt? Alter, der cheatet doch! Was soll'n' das jetzt? Was bin ich letzter? Hallo? Was geht denn hier ab? Hier wird gehackt, gecheatet und sowas! Leck Compensation! Ja! Leck Compensation! Was'n' jetzt hier? Hört der auch jetzt irgendwie auf, oder was? Beenden? Nein! Ja, irgendwann müsste das gleich mal vorbei sein! Jetzt! Fui! Na dann! Machen wir noch ne Runde dran! Yay! Zweite Runde Schrottend ist angesagt! Diesmal ein bisschen anders! Acht Ball nennt sich das glaube ich, oder wie heißt das? Nein, das ist Rampage! Rampage, genau! Acht Ball haben wir ja weggedrückt! Ja! Ja! Voll Rennensgemüse! Bamm! Alter! Brutale Breitseite! Aua! 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 Bamm! Du bist ja schon am Leuchten alter! Jawoll! Bamm! Komm, den Tino den hol mal! Scheiße! Hilfe! Oh nein! Mein Auto ist ein Geist! Ey, der Pole da, der zieht uns alle ab, Leute! Dann holen wir uns mal! Dann klauen wir uns den Punkt in den Polen! Dann klauen wir uns den Punkt in den Polen! Ihr wollt mich nicht verarmen! Oh ja! Warum bist du nicht verrückt? Das gibt's doch nicht! Warum bist du nicht kaputt gegangen? Oh nein! Ja! Der hat gesessen! Nein, Tudi! Nein! Komm her! Bamm! Bamm! Nein! Ha! Scheiße! Nein! Alter! Wie sie mich dann kicken wollen, weißt du? Wende sind nicht gut! Ich... Krasse! Ich... Krasse! Wende! Oh! 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 Bamm! Ich fällt umfällig! Jawohl! Ihr cheatet doch alle! Halt auf! Frisches Rippchen! Bin ich zu essen! Jawohl! Er schrammt an ihm entlang! Oh! Hilfe! Ah! Oh! 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 Was? Das hast du überlebt? Oh! Oh! Oh nein! Oh! 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 Ach, komm, Tino, du willst doch nicht dein neues Auto schrauben. Jetzt hör doch mal auf, ich hab dich voll gerammt, krieg keine Punkte, ihr cheatet doch alle. Ey, du bist ja der Cheat-Ups-Wasser. Wow, das war die Wand. Jetzt hab ich gerade mal 200 Punkte gekriegt, ey. Ich komm nicht mehr klar. Oh, und das sind Doppelpunkt, aber war ich nicht schlecht. Oh Gott, Alter. Wieder letzter, Alter. Was ist denn das für ein Bullshit? Ich krieg keine Punkte dafür, wenn ich euch rammle. Hilfe, das ist unfair, das ist Cheaten. Lack-Compensation und der eine ist da voll am Abragen und man hört ihn nicht. Das ist Lack-Compensation, ohne Witz. Nun gut, wir sind am Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, Hotzerin. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Lack ab. Und tschüss. Tschüss.